Neumarks wächst. Strauss & Partner Development hat am Rennweg 99 zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Unter dem Namen Doppio entsteht an dem Standort links ein 4-Sterne-Austria-Trendhotel. Direkt rechts daneben ein Büroobjekt mit 7514 Quadratmetern. Im Zuge der Hoteleröffnung Mitte Juni wirft Immoflash schon vorab einen Blick in die neuen Doppio Offices. Es macht die Mischung aus. Man hat einen guten Standort mit einem Büro. Wenn das dann auch noch für internationale Firmen oder für Gäste mit einem Hotel verbunden ist, super. Die Grundidee hier in diesem Standort ist, Synergien nützen, zusammenarbeiten, vernetzen. Und wenn es jetzt hier Büroräumlichkeiten gibt, Veranstaltungsräumlichkeiten, die mehrfach genutzt werden können, passt das ganz perfekt und doch dazu, kann ich sagen, ist es auch sehr schön geworden. Circa 20 Monate betrug die Bauzeit von Hotel- und Bürokomplex. Ab Ende Juli diesen Jahres sind die Büros bezugsfertig. Die Mindestmietfläche beträgt 200 Quadratmeter. In einem Stockwerk sind rund 700 Quadratmeter und vom ersten bis zum dritten Stock rund 1200 Quadratmeter. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten vier bis sechs Monaten das Haus vermietet haben. Das Objekt bietet alles, was das Büroherz begehrt. Im Erdgeschoss befinden sich Konferenzräume mit rund 350 Quadratmetern Gesamtfläche. Der Standort ist öffentlich angebunden, auch die Lage direkt an der Tangente ist ein großer Vorteil. Innerhalb von 13 Minuten gelangt man zum Flughafen in 12 Minuten in die innere Stadt. Das ist eine hervorragende Anbindung. Auch wenn die öffentliche Anbindung direkt vom Haus ist oder wenige Minuten entfernt die U-Bahn, kommen doch meistens sehr, sehr viele Mitarbeiter, meistens über die Hälfte der Mitarbeiter mit dem Auto. Und ausreichend Parkplätze, vor allem durch das Parkhaus vis-à-vis, das sind die Anforderungen, die eigentlich die meisten Mieter stellen an einen modernen Bürostandort. Synergien ergeben sich auch durch das direkt angrenzende Austria Trend Hotel Doppio mit 155 Zimmern. Wir laden die Offices zu uns ein. Wir haben hier das Hotel speziell gestaltet, sodass wir hier Lounge-Bereiche anbieten können. Das ist darauf gezielt, dass man nach der Arbeit hierher noch kommen kann, noch einen Trink gemeinsam nehmen kann. Und so ist es eine Win-Win-Situation für beide.